Was ist kalt auf jeden Fall und es hat gezittert in den Beinen und ich wollte am liebsten aufs Feldlaufen und mitmachen. Den linken Fuß. Mit Musik und beziehungsweise vor dem Spiel mit Ruhe. Gänsehaut, Freude, glücklich. Das Ziel ist nicht aus den Augen verlieren und Vertrauen in die Mannschaft, in den Verein.